Tag zusammen, heute bin ich für euch hier auf der Outdoor in Friedrichshafen und schaue, was es schönes, neues dort zu sehen wird. Egal ob Wandern, Klettern oder Biken, viele Menschen lieben Outdoor-Aktivitäten. Die Bewegung im Freien im Einklang mit der Natur befreit die Seele und stärkt den Körper. Damit auch sie für ihren nächsten Ausflug bestens gerüstet sind, haben wir uns nach Innovationen im Bereich Outdoor-Kleidung und Ausrüstung umgesehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, das war's von der Outdoor. Ich bin dann mal weg. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.